Was ist das Schöne und das Besondere, dass Sie mit Ihrer Tochter auf die Berlinale gehen? Dass ich mit meiner Tochter auf die Berlinale gehe? Das ist das Schöne und Besondere. Ich wollte die Frage stellen, wie hält man die Tage durch? Die Berlinale geht ja nicht nur einen Tag. Gibt er Ihnen Tipps, was man da so viel Wasser oder sowas? Nö, er weiß ja auch gar nicht, was ich für Termine habe auf der Berlinale. Also heute ist der einzige gemeinsame Termin tatsächlich. Ich glaube, ich muss mich da selbst durchboxen. Und es ist ja jetzt das erste Mal, dass ich Ihretwegen hier bin und sonst auch nicht eingeladen wäre. Sonst wären Sie gar nicht gekommen? Nein, ich wäre nicht eingeladen worden. Gut, das stimmt. Ich hätte zwar nicht die Kompetenz, aber das hätte ich übernommen. Da kenne ich nichts. Sie haben einen... Ich bin Ihretwegen hier und es macht viel Spaß.